Hey Leute, heute in diesem Video werden wir nochmal zum allerletzten Mal Overwatch 1 spielen. Denn wie viele von euch sicherlich schon wissen, werden die Overwatch 1 Server runtergefahren, damit die bei Overwatch 2 hochgefahren werden. Also basically du kannst kein Overwatch 1 mehr spielen, aber dafür Overwatch 2. Und ja, man kann alles was man vorher hatte auf Overwatch 2 übertragen, das ist kein Problem. Das Problem ist nur, dass ein paar Charaktere ein bisschen anders sind in Overwatch 2. Weil, lasst es mich ein bisschen besser erklären. Bashen, wie sicherlich alle von euch wissen, mein Main, ist der Hauptgrund, warum ich überhaupt dieses Video heute machen möchte. Denn er wurde von allen Charaktern am meisten geändert. Ihr kennt da sicherlich Bashen in seiner normalen Form, der kann nochmal schießen, der kann nochmal in seinen Tank gehen, der kann nochmal sich heilen. Aber das kann alles nicht mehr. Er kann noch in seinen Tank gehen und er kann sich sogar diesmal damit bewegen, was dann echt krass ist. Aber, der hat einen übelsten krassen Cooldown. Ich meine, okay, krasser Cooldown für seinen Tank, dafür kann er sich da drin bewegen. Naja, würde ich jetzt nicht den Tausch einnehmen, aber ist nun mal so. Okay, das kann ich noch akzeptieren. Aber, er kann sich nicht mehr heilen. Und stattdessen kriegt er so eine kleine Kugel. Und das ist sicherlich, was macht diese Kugel? Ja, schön, dass ihr fragt. Ich habe keine Ahnung, das Ding ist schmutz, das Ding macht kaum damage, das Ding macht gar nichts. Es heilt nicht mal. Weil, was soll das? Also, ganz ehrlich, das Wichtigste für ihn war, für mich war wirklich das Wichtigste, dass er sich heilen konnte. Er kann sich einfach wieder reparieren und aufbauen. Das kann er einfach nicht mehr. Der hat Bashing wirklich so krass genervt. Er ist von einer der besten Charakter runtergegangen zu einer der schlechtesten. Ein anderer Charakter, der da auch ziemlich betroffen wurde, ist May. Und zwar kann May normalerweise einfrieren, das kann sie jetzt in Overwatch 2 nicht mehr. Trotzdem ist sie immer noch exakt gleich wie sonst. Heute in diesem Video werden wir ein paar Charakter spielen, die sie später ändern werden. Ob fürs bessere oder für schlechtere. Gleichzeitig zum allerletzten Mal Overwatch spielen. Mit Bugs. Chris wollte nicht. Der Piss... Ich habe gesagt, let's go. Ich möchte jeden Bildschirm einziehen. Okay, dann sieht es aus, als würde sie für ein Foto positionieren. Und der Kameramann braucht viel zu lange, um sie zu drücken. Wie lange wird dann Dax Tracer so sitzen mit dem glücklichen Gesicht in der Hand? Und oben, ohne einen Krampf zu bekommen. Das ist ihr Job, Max. Sie wird dafür bezahlt, dass sie hier drei Tage in Folge diese Pose einhält. Und, äh, äh, Cassidy muss dann drei Tage lang die Seltzinger rauchen. Ja. Dann war es auch stimmig. Ich bin tot. Hab jemanden gekillt? Verbiss dich, verbiss dich, verbiss dich, verbiss dich. Okay, noch Mercy, noch Mercy, Mercy, NEIN, Mercy! Fuck. 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 Okay, ab Mercy, ab Mercy. Komm schon! Ja! Ich bin ein Psychopath. Nicht darüber, wir reden nicht darüber, okay? Bist du gestorben? Oh, bist du runtergefallen? Genau. Oh, nein. Ach, Max. Oh, nein. Oh, Max. Oh, nein. Oh, Max. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Sie hat einfach in meinem Teleporter gecam. Sie hat einfach über einen Teleporter gecampt. Alter. Oh, hi, Mike. Bist du was, wie ich da abschieße? Ich habe ihn noch gekillt, ich habe ihn noch gekillt, ich habe das Geräusch gehört. Der Junkband ist fast tot, der Junkband ist fast tot. Nice. Was war das? Thumbi. Okay, passt. Hab den Junkband. In die Mitte, Mitte, Mitte. Hab ihn, alle Kills habe ich gemacht. Ich dachte, ich habe den. Das ist aber extra eine Kugel. Die Farbe, die Farbe, die Farbe, die kann ich fliegen, kann ich auch nicht fliegen. Schnell, schnell, schnell. Hab sie. Perfekt. Trotzdem geeignet, was hat das für eine Reichweite, Junge. Ich hoffe, das ist gut. Mit critical capacity. Du hast irgendwas im Hals wachsen. Ja. Junge, hallo. Was macht der? Der spielt mit dir. Ich glaube, der spielt aber extra mit dir. Wer fehlt denn noch? Oh, Cole Cassidy gegen Cole Cassidy. Äh, McCree, äh, warte. Verdammt. Ne, Max. McCree gegen Cole Cassidy. Oh, der hat, ähm, wer war, der war wer? Max, ich glaube, ich... Ja. Oder willst du jetzt, willst du jetzt Para benutzen, Mike? Habe ich dich! Huh? Was zum... Shit, 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 shit! Ah, nee! Ah! Wo bist du? Ah! Pass auf die Hand, das ist falsch, 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 falsch. Ich hab mich geopfert, damit du lebst. Mike, was machst du? Ich hab dich geop... Ich hab mich geopfert, damit du lebst. Jetzt käse doch! Ja, ich bin nicht zum ersten Mal, lass mich! Vor allem, das finde ich so lustig, dass sich Max jetzt, am letzten Tag noch denkt, ja, jetzt könnte ich ja mal den Characters ausprobieren, die ich noch nicht gespielt habe. Damit ich nicht getroffen werde. Du bist jetzt auch... Max. Mike! Ich flieh, nein! Hab ihn! Aber ich bin tot! Wir haben keinen Eiler. Beschütz mich, beschütz mich, beschütz mich, beschütz mich! Pum, 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 pum. Ich bin direkt neben dir, siehst mich nicht. Ja, 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 ja! Der ist dann hinten mir! Jaaaa! Alter, wieder! Oha! Der hat das in seinem Mund! Wir müssen gucken, ob er erkältet ist. Er hat so einen Stehschild im Mund. Wer ist das? Das ist der Reaper! Der war hier doch! Ich hör ihn! Scheiße, scheiße, scheiße! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ja, Baby! Das war der Winfo! Du warst bestimmt Highlight. Oder das andere. Guck mal, das ist Shaggy! Oh mein Gott! Wenn er mindestens 1% seiner Kraft benutzt, dann haben wir gewonnen! Mike, jetzt würde ich sagen, wenn Chris mitspielt. Ja! Ich spiel Roadhog! Du spielst Mercy! Und ein dritter! Bro! Ja! Chris ist auch nicht da, also! Das wollte ich auch grad sagen! Das wollte ich auch grad sagen! Hört man das bis hierhin? Ja! Ich höre dich! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Oh, es ist Roadhog! Hab sie! Ah! Easy! Weiß euch! Was denn? Was ist das? What's so funny? Ja, ich beschütze ihn! Ich mein, ich muss sowieso langsam bashen, ein wenig loslassen. Ich mein, das ist jetzt nicht so, dass ich nie wieder spielen werde. Aber ich werde nicht mehr so häufig spielen wie jemand wie Orisa oder Reaper. Deshalb, ich kann ein bisschen loslassen, andere den Vortritt geben. Mal guck ihn dir an! Er hat auch ein Legendary Pack gekauft damals für 60 Euro. Oh! Den kann ich supporten! Hier ist irgendwo jemand! Und uns! Hier! Hä? Oh! Wo? Das war, glaub ich, ne Mäuer. Ja, war es auch. Oh! Hallo! Oh, ne Mei! Oh! Ne Sombra! Die haben ne Sombra! Pass auf, lass dich nicht hacken! Ich hab... Ich hab... Lass dich nicht hacken! Siehst du mal! Solange wir hier bleiben und die nicht, haben wir gewonnen! Haben gewonnen! Oder? Wo ist sie? Siehst du irgendwo? Alter, sie... Mal, lass die Tenden! Jetzt! Ah! 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 Ah, sie! Aber ich wurde gackt! Bro! Bro! Oh! Mein Gott, Mike! Ich tschüss! Ich kiss deine Mann! Okay! Die waren Lego-Bärschen, oder? Die waren Lego-Bärschen, oder? Die waren Lego-Bärschen, oder? Ja, ich kenne sie Lego! Nehm noch ne Runde! Nehm noch ne Runde! Nehm noch ne Runde! Also, wenn ich ihn spiele, wäre er Reinhard, aber wenn du ihn spielst, ist es herausreich! Ausreich! Ja! Max wusste einfach schon, was ich sagen wollte! Ich find's super! Ja! Ja, zeig dich die kalte Schulter! Mike! Du beschützt mich! Ich versuch's! Du beschützt mich! Von oben, von oben, von oben, von oben, von oben! Das rein, 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 rein! Nice! Hab sie! Ne, das warst du! Oh, gut gemacht, gut gemacht! Das war ich! Das war ich! Gut Job, gut Job! Oh, äh, Unterstützung! Max, 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 Max! Dash! Ja, 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 warte! F*** dich! Mike! Mike! Du musst... Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir! Ich bin ja hier! Ah! Wo ist denn vor? Und wo kommt der denn hier? Ab dich! Ab ihn! Aber ich bin fast tot, ich bin fast tot! Ich kann dich nicht heilen! Ich kann mich nur selbst heilen! Mehr oder weniger! LOL! Was? Also, ich ging zu zuletzt und dann war ich... Wow! Du hast bestimmt Highlight! Meinst du? Oh nein! Ah, cool! Cool, 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 cool! Ja! Das ist kein Clickbait! Das ist wirklich das Ende von Overwatch 1, man kann es da nicht mehr spielen! Oh! 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 Eingefroren! Wie sch*** fühlen sich die Leute, die das Spiel physisch gekauft haben? Hi! Ich habe 60 Euro ausgegeben, ca. ein Jahr nach Release! Hi! Mike, das ist nicht physisch! Ich habe es physisch doch! Wie das physisch? Ich habe es physisch! Ich habe den C dafür! Hauf! Ich habe doch gehackt! Man hat es gesehen! Ich habe ihn gehackt! Deshalb ist Overwatch 2 besser! Jetzt zeige ich ihm mal, wie man richtig besser spielt! Okay? Ähm, mein Wille ist hinter dir! Puhhohohohoho! Ha! Du sagst, ob es immer eine Leiche will ist! Nein! Nein! Was zum... Oooooooooooooo Das ist noch ein Spot Ich bin tot Ey, 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 eh, sch**te I'm dead Says here I'm definitely dead Naja ich hätte die Wahl. Winston oder du Mike. Danke, danke Meises Dann kann ich euch beiden heilen Guck mal, der Heil What the f**k WTF? Hast du das gesehen, Mike? Ich bin tot. Ich süsse. Wow, Moira. Ja! Ja! Joke, so übermütig. Ich gebe mal den größten Fairness ever. Was? Von wo? Von wo? Was? Ich bin von irgendwo gesniped. Von da irgendwo. Joke, vor allem, der ist Level 23. Du musst dir vorstellen, der ist noch frisch in diesem Spiel. Der hat das noch gekauft, dieses Spiel. Hallo, ich bin 30. Also entweder er hat ewig nicht mehr gespielt, aber allgemein nicht viel gespielt, dieses Spiel, obwohl er Geld ausgegeben hat. Wurde er hat es letztens gekauft und es wird dann merken, oh verdammt, das spiel ich ja jetzt kostenlos. Oh Mann, der arme. Oder selber schon, je nachdem. Oh, er hat es auf einer anderen Konsol vielleicht. Ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe, ich bin mit deren Base! Ich bin mit deren Base! Watch that base, watch that base! Oh! Keine Ahnung, wo der ist. Wer ist das? Oh das ist der diskonisch, ne. Wo ist der? Ja ok, dann ist er halt nicht da, dann gewinnen wir halt. so aber nicht freundchen du abonnieren aha 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 gut gemacht sehr schön schön auf wunderbar ja ich bin nicht mehr ich hab doch gerade ja egal 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 rein da auf den auf die nassen ja wie nassen habe ihn die pumpen wer lebt denn noch das war gerade eine mischung als selbst hier und ich habe euch alle anderen hier ich war auch verstandet ja nice good job letzter tag ich versuche mal ein paar charakters wo ich noch nie gespielt habe und dann bei overwatch 2 willkommen zu season 2 jetzt habe ich die kälte tatsächlich einfach benutzen wem willst du, ashie? ja ich mag ashie eigentlich eigentlich find ich äh alter was macht die lieber oh ich hab grad gesagt ich hab irgendwas von hinter uns gehört ja da ist ein genji hinter uns oh krass abwehrungsmanöver hat geklappt aber nicht gut genug ich hab nice ok ich brauch eigentlich ziemlich viel spaß ja man muss ja halt können denke ich ja juhu Juhu Jubilieumsnoot BOX ich auch 聊 im core Juhu Gab gì zum abschluss ich auch ich auch Leute look spiel den kannst du dich machen Losers doing the best with them acke when you expectations juhu up ach danke leuchower ach ach vielen dank das wäre jetzt einfach wirklich nicht nötig gewesen einfach weißer hintergrund wunderschön klar ich habe geld bekommen ja